Das Terrarium des Tierparks Dessau wird rund erneuert und auf Vordermann gebracht, um auch in Zukunft ein beliebter Anlaufpunkt des Tierparks zu sein. Wir waren vor Ort und haben einmal nachgefragt, was genau gemacht wird. Die alten Becken wurden alle entfernt, weil sie den Tierschutz und der Haltungsbedingungen nicht mehr entsprachen und wurden auch schon stellenweise neu gebaut. Und hier im vorderen Bereich sind wir jetzt auch gerade dabei, wieder das nächste Becken zu bauen. Und ja, immer so nach und nach wird alles neu gemacht hier im Terrarium. Um den Reptilien auch weiterhin eine weitgehende, artgerechte Haltung zu ermöglichen, war der allein durch Spenden finanzierte Umbau und die Neugestaltung nötig und auch die Besucher können sich auf die neuen Schaukästen freuen, die so manch exotisches Tier zeigen werden. Unsere alten Tiere, die vorher schon drin waren, die jetzt leider hinter den Kulissen vorübergehend sind, kommen alle wieder vor und werden vorne wieder im neuen Becken präsentiert. Wie zum Beispiel die Bartagamen, die hinter mir schon ihr neues Quartier haben, die Kornnattern und die Scheldepussi kommen natürlich auch wieder vor. Und wer trotz der eisigen Temperaturen den Tierpark besuchen will, den bieten sich die Winterferien ab nächste Woche an. Dann nämlich lädt der Tierpark zu seinen Tierparktagen ein mit einem ganz speziellen Programm. Also wir wollen dieses Jahr ein neues Konzept ausprobieren, Tierparktage mal ganz anders. Es geht um den Tier- und Artenschutz. Dort sollen die Kinder anhand eines Arbeitsplattes, was ausgeteilt wird, sich aktiv an der Führung beteiligen, die dann durch den Park geleitet wird. Zum Schluss treffen wir uns im Terrarium. Dort haben wir aktiv den Tierschutz zum Mitsingen, sodass die Kinder auch aktiv mitmachen können. Und wir wollen dann über dieses Lied auch ein bisschen diskutieren. Und wie gesagt, vordergründig in diesem Jahr ist der Tier- und Artenschutz und es soll ein ganz neues Konzept sein. Wir lassen uns überraschen, wie das bei den Besuchern ankommt. Und wir würden uns über viele Besucher freuen. Und wichtig ist, Gruppenbesucher bitten wir um Anmeldung. Also, lassen Sie sich nicht von frostigen Temperaturen davon abhalten, einen schönen Spaziergang im Tierpark zu machen. Mütze, Handschuhe und Schal sollten Sie allerdings nicht vergessen.